Refresh mal den Ready danach nicht. Wir setzen den danach neu. Das ist ziemlich schlecht gesetzt gewesen von mir. Von Süden. Wir kommen von Süden rein. Hinten. Habt ihr gehört? Südwest. Hier oben sind wir über die Gleise. Hat auch gerade zwei Gegner am Nord-Ost. Da ist noch ein MG im Süden. Ja, sind auf der Hauptstraße Richtung Nord-Ost. Wir spawnen einfach rein bei URZ. Wir spawnen rein bei URZ und setzen einen neuen Don. Den können wir da ziemlich vergessen. Also spawnen wir da nicht rein, weil dann sind wir glaube ich insolidiert. Ich warte an der Pop-Off-T. Ich warte an der Pop-Off-T. Ich setze eine Angriffs-Frob und wir setzen die dann mal auf dem Move-Marker würde ich sagen. Brauchen wir gar nicht mehr. Der Punkt ist durch. Der Punkt ist sowieso nicht mehr einnehmbar. Ja, okay. Dann setzen wir hier die nächste. Jetzt sind wir im Punkt. Da können wir glaube ich nicht setzen. Ja. 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 Die zwei mal ein Doppel. Das ist zwei mal ein Doppel. Äh! Das war gefährlich.